Was geht Leute? Mein Name ist Lote D-D-D-Danny P-P-P-Burnich Willkommen back zu einem erneuten Road to Nuclear Video Wo ich versuchen werde die Nuklear zu bekommen Und ich kann es eigentlich schon so sagen Irgendwann würde ich sie so oder so bekommen In diesem Part ist es soweit, ich habe sie bekommen Und es war ein intensives Gameplay Und an der einen Stelle spult nicht vor, denn es wird sehr sehr spannend Weil es besteht immer ein kleiner Teil, dass ich euch sogar ein bisschen verarsche Um das Ganze ein bisschen spannend zu halten, wenn ihr versteht was ich meine Aber an der einen Stelle wo ich sie bekommen habe Habe ich nicht gemerkt, dass ich sie bekommen habe, das werdet ihr sehen Ihr werdet mitten im Bild sehen, 30er Shriek, Nuklear Und ich habe es nicht gesehen, weil ich komplett in Panik war, komplett geschwitzt habe Mein Herz hat gepumpt bis zum geht nicht mehr Und ich wusste nicht mehr wirklich wo lang mit meinem Leben Und ich will euch mal viel von euch bedanken, dass ihr mir da sehr geholfen habt Weil ich saß ungefähr insgesamt 6, 7, 8 Stunden ungefähr Vielleicht ein bisschen weniger dann Und habe gezockt, gezockt, gezockt Und dann hatte ich sie doch bekommen Also viel früher als ich gedacht habe Und so schwer ist es gar nicht Das ist nicht schwer Es ist easy Obwohl easy nicht Aber so schwer ist es nicht Vor allem das Gute ist, dass wenn ihr eine Nuklear gehabt habt Das war auch damals bei der Atomarmament RW2 so Dann kriegt ihr auch immer noch eine zweite Nuklear Und es wird nicht mehr so schwer sein, weil es was vollkommen Normales ist Und irgendwann wird es für euch sehr, sehr schwer sein Eine Double Nuklear zu bekommen Und eine Triple Und vielleicht sogar eine Quadra Nuklear Und es wird halt immer wieder einfacher Je mehr Nuklears ihr bekommt Und für die Leute, die sich gewundert haben Wieso ich nach 3 Jahren immer noch kein Nuklear habe Das habe ich oft in den Kommentaren gelesen Das lag daran, weil ich nie auf Nuklear gespielt habe Noch nie Ich habe nicht mal drauf geachtet Aber jetzt habe ich drauf geachtet Und ich bereue es, dass ich das nicht getan habe Ich bereue es sehr Aber ich hoffe, wir können die Zeit nachholen Mit Livestreams und das Ganze Und ja, vielen Dank für eure ganzen Tipps Und das Ganze Hat mir sogar geholfen Hat mir wirklich geholfen Wenn ihr die Serie gemacht habt Und ihr auf jeden Fall noch eine sehen wollt Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Und viel Spaß mit dem Video Wir sind back Lass uns loslegen Auf Raid Mit der Sky Weil die so gut war beim letzten Mal Oh, wow, wow, wow Es explodiert Ich wusste es Es explodiert Ich wusste es Auf jeden Fall Ich mag diese Waffe Ich will die in Schalldämpfer haben Ich denke, mit Schalldämpfer ist die auch sehr gut Naja, nicht ganz sicher Wie die wirklich ist mit Schalldämpfer Aber ich schätze mal Dass die ganz gut ist So, vielen Dank Nice, vielen Dank Der Typ hat sich Der Typ hat sich quasi für mich geopfert Vielen Dank Der Typ ist rechts von mir Aber ich gehe hier hoch Nice, danke, danke, danke Drohne, Drohne, Drohne Drohne nähert sich Ich weiß, dass du hier bist, du Loser Konter Drohne Oh mein Gott Von wo Ich weiß, dass der Typ hier allein läuft Ah, mein Name Ich weiß, dass du lebst, du Loser Nächster Gegner kommt von dort Nice, 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 baby Das will ich sehen Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie Ich denke, die sind hier Intensives Game, baby Das kann ich euch erzählen Leider sehr intensives Game Die sind auf jeden Fall hier irgendwo Ich meine, wo sollen die sonst spawnen Ich hätte das Päckchen aufheben müssen Fuck Oh nein Ich weiß, wo die spawnen Wo sind sie, wo sind sie Ah Ich bin so gut wie tot, glaube ich Nice Wir haben Orbi, wir haben Orbi, wir haben Orbi Wir haben Orbi Ich weiß zwar nicht, wie ich Orbi habe, aber ich habe Orbi Ich glaube, das ist gut Nimm das Hier, ah, er hat Kugel sich der Weste Ich brauche unbedingt ein Päckchen Nice Soviel zum Thema Päckchen, baby Drohne, 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 Drohne Aktiviere ich sogar sofort Keine gute Idee eigentlich, ne Ich werde es mir auf jeden Fall abgewöhnen Ich verspreche es Konter Drohne, kann man sofort aktivieren eigentlich Nice, baby Das will ich sehen, wenn ich das Game hier spiele Gib mir dein Päckchen Ja, da hältst du sein, ist total dumm Ob ich tatsächlich es online Meiner, unserer Oh yeah, baby Das will ich sehen Ich wünsche, es könnte nuklear werden, aber Trotz allen Sachen wird es sehr, sehr schwer Nice, vielen Dank Oh yeah, baby Jetzt besuchen wir uns erstmal Oh yeah, baby Ich liebe es Fuck Das war scheiße Daher habe ich immer mehr Kills Also ich denke immer, ich habe mehr Kills, als ich wirklich habe Egal, weiter geht's Weiter geht's Nicht aufgeben, das ist erst der Anfang des Games Naja, der Anfang nicht unbedingt, aber Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ihr wisst, was ich meine Okay, mit dem Raketenwerfer Schade, wirklich sehr schade Ich meine, es ist, ja Es ist wahr Trotzdem spannendes Game Aber ich will nicht aufgeben, ich werde weitermachen Ist da jemand? Kein Bock, ich zu warten Keine Zeit, um zu warten Bär also Menschen beschäftigen sich lieber mit was Besserem Keine Zeit Ich gehe hier lang, ich gehe hier lang Die spawnen alle hier Nice Nice Nice, weiß, wo die spawnen Na ja gut, na ja gut, na ja gut Wow, nicht schlechtes Game High five Drei, zwei, eins Nice Okay Vielleicht kann ich sie ja noch bekommen Okay, zum einen Aktivieren nicht dein Orbi, wenn es schon ein Orbi in der Luft ist Aktiviert keine Drohne, wenn du ein Orbi hast Und deine Drohne bekommst Aktiviert sie nicht Ich kann dir helfen, zum nächsten Orbi zu kommen Aktiviert die Drohne nicht sofort beim Spawn Es gibt so viele Regeln, die man beachten muss Und nimmt die Flagge ein Auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, aber Es lohnt sich So und jetzt können wir Und schaue Ja, das wusste ich Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dumm bin Keine Sorge, es gibt auch dumme Menschen auf der Welt Ist nicht so schlimm Je mehr dumme Menschen es auf der Welt gibt, desto Drogenabhängiger sind wir alle Ja, definitiv So Ich sehe ihn, ich sehe ihn Töte ihn, bevor er die Nein Ich wusste, dass er dort ist Ja, ganz gutes Game eigentlich Spannendes Game vor allem, aber Das muss besser gehen Wow, was? Dreijacke? So dämlich Wieso bin ich am Anfang immer so gut und dann so schlecht? Aber diese Waffe ist wirklich sehr gut Ich kann jetzt nicht warten Genauso wie hier kann ich auch nicht warten Nein Von links Wie kommt eigentlich dahin? Das würde mich mal interessieren Das würde mich mal sehr interessieren Oh, was? Okay, die haben A Wieso spawnen die bei B? Ja, diese Logik Wahrscheinlich, weil meine Teammates bei A abhängen Die hängen dort eigentlich sehr gerne ab Falls ihr meine Teammates nicht kennt Jetzt kennt ihr sie, meine Teammates Okay Er hat Oh nein, er ist auch gesprungen Dieser Bastard Ich bin der Einzige, der erlaubt Der springen darf Gib mir ein Päckchen Wieso laufe ich jetzt eigentlich so rein? Ich bin ziemlich selbstbewusst geworden Oh mein Gott Vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst Aber ganz ehrlich Ich will hier einfach immer so viel Energie Ich bin ein Mensch mit gar nicht so viel Also ich Auch wenn ich ein Mensch Ich bin eigentlich ein Mensch mit viel Energie Aber ich verliere mal diese Energie So nach Nachdem ich, äh, ja Verkackt habe Verliere ich so viel Energie Aber das Das muss ich lernen Das ist nicht Oh mein Gott For the aiming for the win Nice, baby Da ist der Hinten der Gegner Holen die Sniper Moment, weil du bist ein Sniper Den lass es lieber Holen die lieber nicht Bist du schlecht um die zu holen Diese missgeburte Sniper Ich hasse es, wenn ich ihr Kopf sehe Ah, da würde ich sterben Ja, das ist problematisch Wow Keine gute Idee auf jeden Fall Keine gute Idee von dem Wenn die mich headshotten Hobby, baby Von wo? Was, bin ich auf Droge? Ich glaube, ich habe Verdrogen genommen Sorry Ich habe ein paar Drohnen genommen Ab und zu, mal kann das passieren Das liegt bei uns missgeboten In den Genen Bis dann, man sieht sich Vielen Dank Nice Das wird zwar nichts mehr, aber naja Naja, war ein gutes Game Ich denke, das zählt sogar ganz gut Ja, hat wieder nicht geklappt Wie 99% meiner Games Ich weiß nicht genau, wie ich die Nuklear bekommen soll Das ist schwerer als schwer Es ist ultra-mega schwer Also ich kann mir auch Ich weiß nicht Mit Orbitatatatelit würde es gehen, aber selbst mit Orbitatatelit habe ich Probleme Weil ich sehr, sehr unter Druck gesetzt werde Aber mal sehen, nächstes Game Okay Wir sind back Ich spiele schon den ganzen Tag Dieses Game Und ja Diese Nuklear Ich weiß nicht, was ich tun soll Ich kann es euch nicht erklären Oh, hi Boah, das war spontan Oh Nein Ich habe ihn unbedingt Ah Hätte ich ihn bekommen, hätte ich quasi zwei Kids bekommen Weil er wahrscheinlich doch zu dumm wäre und wäre respawned Nice, vielen Dank Aufpassen, aufpassen, aufpassen Oh Hallöchen Hallöchen, lieber Gegner Oh nein Ah, aufpassen Von wo Ich weiß nicht, von wo die kommen Aber ich spiele schon den ganzen Tag Und ich sitze und sitze und sitze hier Und muss auch sagen, ich zweifle so ein bisschen an mir selbst, leider Oh nice Oh yeah, Baby Ich gehe mal nach oben Ist ein gutes, guter Wort eigentlich Um ein paar Kills zu bekommen Da werde ich mich machen Ich bin ja mal weg Haut rein Habt ihr leider keinen einzigen Kill bekommen So, nachladen schnell Nachladen aber schnell, Baby, bitte Oh, Robby Ja, seht ihr Obital satellite ist online Könnt ihr sich noch nicht, muss ich mich konzentrieren Leider extrem Ich kann es nicht anders Nein, ich konnte eine Drohne Weiter geht's Let's go, Baby Kein, das ist ein Sniper aufgepasst Nice, Baby, nice, Baby Habt ihr nicht gesehen, Baby Habt ihr nicht gesehen, Baby Wieso nicht ein Baby Keine Ahnung Vielen Dank Neue Hobital satellite Ich glaube, ihr merkt es gerade Ich glaube, ihr merkt es gerade Ich glaube, ihr merkt es alle gerade Ich bin sehr, sehr verletzt Also wirklich verletzt Ah, jetzt beginnt es wieder Danny, der verzweifelte Danny, der hier den ganzen Tag rumsitzt Wisst ihr, war ich das letzte Mal so lange an Call of Duty saß Also um ein gutes Gameplay zu erspielen Oder um mein Ziel zu verwirklichen Oder meine Träume Er ist schon lange her Das war zu den RB2 Zeiten Heute ist wieder der erste Tag nach Jahren Wo ich versuche Ein, äh, ja Oh mein Gott, ich liebe mein Teammate so Ich will dir deine Eier lecken, mein Schatz So, ich meine Was Das habe ich doch nicht gesagt Und das wisst ihr auch Das habe ich doch nicht gesagt Das habe ich doch nicht gesagt Habe ich ihn gekillt Ich weiß es nicht Ich glaube nicht Oh mein Gott, die Hoffnung ist wieder da Die Hoffnung ist wieder da Oh yeah Jetzt habe ich auch einen Orbital-Satellit Irgendwie ein schönes Gefühl Das schönste Gefühl aber von allen ist gerade Dass meine Teammates sich alles klauen Kein Ding, Baby Ich bin immer voll ich da, Teammates Ach du Scheiße Wieso habe ich nur so ein gutes Gefühl Konterdrohne, Baby Oh mein Gott, intensiv Sehr Ah, er ist da gespawnt Ob das jetzt schlau ist, hier zu stehen Ich weiß nicht Ich denke eher weniger Ich gehe da mal lieber nach da Ja, da ist es auf jeden Fall eine Gegend Wo ich mich besser fühle Ja Oh mein Gott Ich liebe gerade meine Eier Ich habe keine Ahnung Ich weiß nicht, was ich gerade sage Ich verspreche, ich bin nicht schwul Vielleicht ein bisschen Ah, fuck Oh, ich habe so Herzklopfen Ja, okay Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe gerade Und würde ich nicht sehen, ob ich da nuklear habe Ich schätze mal, ich werde gar nicht darauf achten Aber es sieht momentan sehr gut aus Tatsächlich Ich kann es dir irgendwie nicht glauben Also wenn ein Teammate jetzt nur Orbital hat, ne Dann liebe ich ihn Wenn meine Teammate jetzt nur Orbital haben Dann liebe ich ihn Dann liebe ich ihn wirklich Und das meine ich wirklich ernst So Teammate Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt Und das nicht in der Frau Und das nicht in eine Frau Ich gebe es zu, ich bin schwul Ich meine Keine Ahnung, was ich erzähle Ich kann euch nicht sagen, wieso ich mich Aber hebt das lieber auf Davor du noch irgendwas Falsches damit machst Nice, Orbital Wann habe ich sie? Doppelabschuss 25 25 25 25, baby 25 25 Orbital Ist wieder online Nice Sorry, Leute Ich Extrem Ach du Scheiße Ich setze den ganzen Tag hier dran Orbital Satellit Online Drohne nähert sich Orbital Satellit Ich habe ich setze so extrem Meine Hände zittern Ich habe zittert so extrem Ich zittert so extrem Ihr werdet mir nicht glauben, wenn ich euch sage, dass ich so erzittert wie noch nie in meinem Leben gerade Zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch Drohne nähert sich Wann habe ich sie? Bitte Teammates, bitte Ich weiß nicht, ich glaube ich habe sie nicht, oder? Fuck Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich weiß nicht, ob ich sie habe Ich denke nicht, dass ich es gesehen habe Ich glaube ich war ein Kind davor Ich zittert so extrem Ihr glaubt gar nicht in mein Herz, was das gerade mitmacht Mein Herz hat Schon so lange her, dass ich mir so Mühe gegeben habe für etwas Oh mein Gott Aber selbst Oh mein Gott Ja, also Schaut euch mal die Kills an 55 Das ist krank gerade Aber ich glaube nicht, dass ich sie habe, leider Ich habe leider versagt Es tut mir so leid für jeden, der mich geglaubt hat Es tut mir richtig leid Weil normalerweise so, wie es aussah, hätte ich es bekommen müssen Ja, also ich hätte es bekommen müssen eigentlich Definitiv Oh Kein sich vielmehr leider Ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe sie nicht Nein Das hätte ich gewusst Mein teammate war aber so, so hilfreich Ich weiß nicht, ob ich sie habe Ich, aber mein Herz ist Jetzt, ich glaube ich habe sie nicht Ich, ich glaube ich habe sie nicht Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir wirklich nicht sicher Wir werden es jetzt sehen Also auf jeden Fall habe ich den 25er Abschluss Das habe ich gesehen, aber eine 30er habe ich nicht gesehen Ich glaube mir hat noch ein Kill gefehlt Hat niemand von euch mitgezählt Mein Herz Wow, der eine war sogar besser als ich Ah, er hat a try heart Ich, ich dachte ja auch, ich mache diesen, äh, Klantik sein Aber, ja, ich habe es denn gelassen Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, nein Wo ist das? Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit gezockt und ich hätte... Medaillen, wo sind die Medaillen? Hier sind sie. Unaufhaltsam heißt es hier. Ich habe... Oh mein Gott. Ich habe sie. Ich habe die Nuklear. Ach du Scheiße. Nein, ich kann das jetzt gar nicht glauben. Das ist jetzt Fake, oder? Ich habe noch... Ich habe angefangen zu spielen. Ich habe zwei Tage gebraucht, um die Nuklear zu bekommen. Zwei Tage. Und heute habe ich, ich glaube, fünf, sechs Stunden gespielt und ich habe die erste. Und jetzt wird Zeit für die zweite. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt weitergehen soll. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und... Zehn Daumen hoch. Und zwar, die Serie ist jetzt vorbei. Das war die Serie. Wir könnten es so machen, dass wir... Also Double Nuklear habe ich mir erst mal nicht vorgenommen. Erst mal nicht. Aber dazu müsste ich noch ein paar Nuklears erreichen und irgendwann später vielleicht Double Nuklear. Aber es wird auch sehr schwer sein, weil Black Ops 2 schon so alt ist, wenn ihr versteht. Ähm... Also... Ja. Es ist... Es fühlt sich gerade echt richtig gut an und ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für's Tennis Schauen auf jeden Fall. Vielen Dank für eure ganzen Tipps. Schreibt mir in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Es war ja eine kurze Serie. Ich dachte, es wird so 20-30 Parts dauern, aber nein. Es dauert ziemlich kurz anscheinend. Also, vielen Dank für's Tennis Schauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid ihr die Badass. Ihr seid und liked dieses Video. Schaut auf meinem Kanal, wo ihr mehr Videos seht, die ich produziert habe. Und abonniert ihr jetzt. Und unsere Situation beistet ihr euch wieder. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sag ich, wir haben nur noch 3, 2, 1. Holy shit, dieses Avatar. Oh mein Gott, das ist so sexy. Ich liebe das Avatar. Was geht, Leute? Mein Name ist Lothar, das ist der Danny.